Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump League und wie ihr schon seht, ich nehme heute mal nicht mit OBS auf, sondern mit, ne gar nicht, ich nehme nicht mit DxTory auf, so, sorry, sondern mit OBS in 700, verdammt, 720p, um, zack, 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 so, weil ich wollte einfach mal schauen, wie das mit OBS ist, in 27p, wie das aussieht, wie das, verdammt, wie das ist mit dem, ähm, hinterher arbeiten und, ähm, so eine Geschichten und wenn das gut ist, dann werde ich dabei bleiben, Entschuldigung, und, ja, und der Vorteil ist, ich kann das Ganze in 60 Frames oder mit 60 Frames aufnehmen, Gott, und hier nochmal cutten, jawohl, Kiste, wo bist du, da ist die Kiste, und wir haben drin, ja, not bad, so, da kommen wir weiter, wir müssen hier lang, so eine verwinkelte Scheiße hasse ich ja noch, so, ich spiele hier im Übrigen nicht auf Teams verbinden, weil du hast keine Chance auf die Server zu kommen, ähm, da stehen 100 Leute davor und hatten die Maus kaputt und du hast einfach keine Chance da reinzukommen und da habe ich, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf, mich da eine halbe Stunde vorzustellen, um zu hoffen, dass ich da drauf, äh, reinkomme in den Server, jawohl, nicht gedacht, dass sich das halt geht, shit, ah, man, wir sind voll nah, unter das Mittelfeld, oh, shit, oh, shit, okay, so, ich werde natürlich versuchen, wenn es geht, die Einstellung noch zu verbessern, bis alles optimiert ist, oh, Gott, oh, shit, kann ich nicht mehr das, ähm, ansonsten Tipps, Tricks gerne in die Kommentare oder wo auch immer, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, da geht's, okay, aber das Problem ist natürlich die Aufnahmezeit, wir haben Sonntag, oh, das ist abends, ich glaube, es ist kurz nach 8 oder so, ich habe gerade keine Ohr im Blick, aber, holy shit, oh, fuck, ähm, nur ein Goldschwert, geil, oh, sorry, thing das für, für, kackes Spränger hier, wo, geh ich mal den Weg hier, ach, komm, das ist ein Witz, und, jawohl, November 5 Moderate, okay, das geht schon, Kaktus Sprünge Shit Okay, oh wait Hier habe ich fast übersehen Wie soll ich denn da hinkommen? So Anscheinend ist hier irgendwas Das ist ein Witz Noch nicht fast so weit Ich glaube hier hängen gerade alle fest Okay, das ist ja easy hier Dann geht das hier los Okay Dort oben darf man nicht herankommen Fuck Ach, das ist ein Witz Kann ich denn da zu spät abspringen? Das ist ein Witz Okay, Konzentration Da Da Okay Alter, da kommt man nicht hin Das ist jetzt ziemlich der Krankste Shit, den ich kenne Nein, nicht wirklich, aber Das ist hart Ich bin nicht eigentlich durch die Kakteen Schaden Das ist nicht Okay Okay Also zu spät Okay, der erste ist Auf jeden Fall Huch Bei 300 Der ist schon mal Gut dabei Come on ey Das Gute ist bei OBS Ich kann eine gewisse Rauschsperre einstellen Das heißt Ich brauche das Grundrauschen Vom Mikrofon Ja Es ist wieder Zeit Für die ganzen behinderten Leute Die nichts anderes zu tun haben Als Abends mit ihren Karren ins Sprit Durchzuballern Naja Eine gewisse Rausssperre Kann ich einstellen Oder kann man einstellen Das Gute ist Und das habe ich so eingestellt Huch Das hoffentlich Klappt da Dass das alles so klappt Ja, komm mal Ich sortiere Inventar Bring es mir Okay Fuck Auf Bringt das mir Irgendwas Na Weg Zwei Brote Das brauche ich nicht Das brauche ich alle nicht Die Angel habe ich zwei von mir Bogen sind mir auch nichts Ja Dann sammle ich alles wieder ein So So, ich hatte auch vorhin einmal in einer Testaufnahme Die stolze 42 Sekunden ging Ähm Die Facecam mit drin Bietet sich an Ähm Allerdings Das sieht so scheiße aus Da habe ich die sofort wieder Ja du kleiner Pisser Der ist sofort wegrennt Ja Alter Direkt Direkt mit dem Team zusammen Oh shit Okay Wir sind erfolgreich geflohen Ich versuche einfach so lange durchzuhalten Wie es irgendwie nur möglich ist Wie gesagt Teaming ist so laut Das heißt Muss Sneaky vorgehen Der versteckt mich hier irgendwo Okay Der Battle ist im Gang Da ist einer Ja Ja Kein Äh Hier Keine Ahnung wie das jetzt heißt Installiert Dass ich ranzoomen kann Auf dem Block hier habe ich ein bisschen Eine etwas bessere Chance Da 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 Nach vorne und nach hinten zu gucken Nach vorne und nach hinten zu gucken Na Da ist eine Okay Okay Ganz schnell weg Und wir hin Und wir hin Komm schon Den mache ich, den mache ich, den mache ich Oder er macht mich Jawohl Warte, warte Warte Moment Billie Nichts lang, nichts lang, nichts lang, nichts lang. Okay, weg, 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 weg. Das, das, das. Ja, Mann. Okay. So langsam tue ich mal. Ich gehe jetzt einfach mal auf offensiv, komm. Oh shit, oh shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah klar. Aber das ist natürlich ein Team, das ist blöd. Die natürlich beide gleichzeitig auf einen drauf gehen. Ist das gar nicht mal so geil. Okay, da ist einer. Oh shit, der hat ein Stein oder ein Steinschwert. Da habe ich keine Chance. Also dieser Kakashi Sirius, der ist natürlich hart drauf. Da hinten ist er. Damit siehst du die Kiste weg. Bäh. Okay, die machen sich jetzt gerade. Okay, komm, ich gehe meinem Tod entgegen. Das bringt eh nix. Oh, das wäre natürlich geil, wenn ich den jetzt machen würde. Nee, aber. GG. Das wäre auch zu schön gewesen. Wui. Meine Mutter ist lame. Weißt du, Mann, es schreibt GG, Mann, es trotz Geluse so freundlich und sagt, das war ein gutes Kind. Und er sagt, oh mein Gott, wie lame. Das war gar keine Herausforderung. Ich muss direkt meine Mami erzählen. Hier, schaut euch das, Mann. Das ist so geisteskrank. Schau mal, wenn du da kommst, komm ich da hin. Okay. Ich versuche es jetzt einfach mal. What? Alles klar. Ich bin in der Lobby. Bis gleich.